Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ein ohne Project Auson Nummer 2 mit dem lieben Schwarmbeutzer. Sag mal hallo. Hallo meine Nausen. So, ähm, ja. Weiter geht's. Weiter geht's, wie immer. Keine Müdigkeit vortäuschen, ihr? Ja, Schwabe versucht sich gerade ans Kreuzen, glaube ich, und kriegt das nicht raus, was er will. Ich war Schwabe auch wieder nett und überhaupt und sowieso. Aber das ist leider so. Ja, Tulip am Punkt. Aber ich muss die Erde austauschen, weil ich drunter die, 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 die gerade polver da habe. Der fruchtbarkeit sitzt alles auch hier. Ja. Binali da, da. Drei, da! Na, 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 na. Da, 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 da. Wie ist ganz, wie ist das? Da, da, da. Ja, erzähl mal, ich bin aus deiner Jugend. Ich. Gut ist, dass die Gießkanne hier unendlich ist. Ja, bei dem Neuen ist sie nicht mehr unendlich, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist korrekt. Das ist ein bisschen nervig, ja. Tag. Was ist da? Hab ich gesagt, Tag. Ach so. Ich brauche auch was. Ich bin jetzt auch nicht weg dran, was ich brauche. Ich habe nichts dahin. Hallo? So was mache ich nicht. So was tue ich nicht. Ich bin gelb. Orange Tulip und dann Dandelion. Haben wir natürlich wieder nicht, Orange Tulip. Hast du den Kettel ist unten drunter? Nein, nein. Bei Monopoly? Nein. Ist der denn irgendwo drin? Erzähl mir ganz andere, was ich brauche. Da kann ich auch nichts für. Doch, du kannst dir immer inzwischen einschweizen. Doch, kann ich. Ja, ey. Doch. Daisy, blu, 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 blu. Ich bin ganz durcheinander. Ich will mich jetzt verarschen. Wo sind sie mal Zepplingen? Der hat mein Zepplingen geklaut. Ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, aber nicht mehr ganz mal nachverbraucher. Das ist ja nicht viel, weil ich da brauche. Aber der hat irgendwie mein Zepplingen heute verballert. Oder weggemacht. Ja, weil ich es küsse mal mein Zeppling. Hä? Guck mal, was will ich denn machen? Ich will das Fußzeppling machen. Was kannst du mal so? Was? Ja, der war ja wahrscheinlich mal Reloog oder so. Ja, da komme ich wieder nicht ums Server. Dann sehe ich jetzt schon. Ich bin da vorher auch gelockt, dann ging es doch alles aus dem Mal. Gucken wir mal. Okay, ich konnte schon mal Reloog, immerhin. Und nein, die Dinger habe ich immer noch nicht. Lass mich gerade, ich brauche da jetzt wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich welche gekriegt. Achso, das geht nicht immer. Na, sagt er doch. Mal, jetzt habe ich welche. Ich brauche ich normale Erde. Lass mich doch in den Worten. So, lockst mich doch um den Arsch. Toll, wenn ich das Putz hole, dann gibt es normale Erde. Ja, ist korrekt. Dann musst du den Silk Touch haben. Meine Silk Touch. Krieg ich Black, echt. Schon? Das ist mit meinem kaputten Gebiß, ganz ehrlich. Jetzt kann ich wieder leben, dass ein Putz hole da schon ist. Dreck, ich hole da. Ich bin gerade dabei, dass das einfacher zu bauen geht als Zeug. Ich bin eh fast fertig. Und? Habe ich gesagt, dass das dann für dich ist? So. Ich schau nicht nett. Guck mal her, die ganzen Leafs. Danke. Ich schau nicht nett. Immer. Oh, jetzt. Orange on the Daily, bla bla bla. Schön. Habe ich wieder sehr gut hingekriegt. Angst. Ich schaue, ich Educere. dej headphones. Tschüss. Ich schau nicht. Ich schaue. Oh, jetzt. Ich schaue, ich schaue nicht. Ich schaue jetzt mal. Ich schaue nicht. Oh, dass ich hier so sein kann. Ich schaue nicht. Ach ja, was aber. So, Dali. Ein bisschen Pozzol. Ich brauche nämlich die krüppeligen Farben. Ich brauche nicht zuerst. Na, mein Zeug macht doch Magnet aus. Ich habe den Magnet aus. Sicher? Ja, das ist wahrscheinlich der komische Ring, der ihn findet. Ach du. alles klar ja irgendwo nirgends ich aber das war oben durch habe ich versuchte beim baubild ja weil der obel noch mal extra im menü gibt das habe irgendwas gelöscht was ich wahrscheinlich brauche ich jetzt nicht ich bin die schuld genau immer ich wer sonst nicht in der straße oder so kann aber die prozell daheim jetzt darf mir jetzt gerade schon wieder tierisch da ganz ehrlich da 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 white powder jetzt weiß ich wieder doch so viel jetzt kommt die biomasse da drübe rein wenn 5000 prozell auskommst ich wollte schon wieder prozell in happertoten nix mehr habe ich da noch ein ding drauf ich habe mir hinten spusehut angepflanzt silky jule mit dem silky jule ja ein silky juwel was ist das ne so ein ding halt was ich weiß doch mal nicht ich weiß egal wenn ich voll mit leben ich weiß okay ich weiß ja gut das kann ich dann auch machen, warte, da kriegst du nur einen, das ist ja doof, das ist ja doof ein bisschen bohnmeer ich bin auf englisch ja, ich hab einfach mal ein juwel ein ja, geht auch nicht ein gold nugget in den brunsch aufs ja, nehm ich gold nugget, was schwätschen, da ist schon einer raus, kannst du mir kurz mit der nummer sagen, bitte? die nummer, oder wat? ja, bitteschön das ist die nummer 5232.26 5232.26 5232.26 danke schön bitteschön ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ich lebe auch lieber so viel hartes da drauf kannst du natürlich auch kannst du natürlich auch so Freunde der Sonne Das sieht doch schon mal schön aus, das Feld Ich hab gar nichts angepflanzt Nur das Weiße da an der Ecke Irgendwie weniger, jetzt kommen gleich durcheinander Wo war er jetzt? Ich hab gerade mal so einen Schwung Lillipads gebaut Fertility Sehr gut Ups, Opel Winter mein Gott Winter war er rot und blau Ich hab so einen Schicksal da hinten, das gibt's gar nicht Wenn da noch eine hohe Farbe rausgibt Rot So, das haben wir auch Sehr gut Ich hab noch eine hohe Farbe rausgebekommen Und nicht mehr, wie bei mir das war Nee, wir gehen das nicht Ich hab noch einen Schicksal in der Ich hab noch einen Schicksal in der Das und das. Wachse, wachse, wachse. Wär ich noch gebunden, überhaupt. Ne, das sind gar nicht mehr, warum sind die nicht mehr verbunden, ach so? Ja, weil ich das Ding abbaut hab. Den Spark, oder was? Du musst doch den Catalyst wieder unten drunter wegmachen. Dann hab ich noch da sehen lassen. Die Blumen sind trotzdem nicht verbunden, der Hanna. Warte, die Blume? Ja, die, 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 die rosa Arcania, die ganze Scheiße da. Ja, weil du keinen Splatter hast. Ja, weil du gesagt hast, das soll ich abbauen. Ja, das ist doch richtig. Du musst es doch abbauen. Setz doch einen, du kannst doch einfach einen hier drüber setzen über die Pflanze. Kann ich den doch klar machen? Ja, ist doch gut. Genau. Den verbindest du dann einfach mit dem Mana-Problem fertig. Ist die Kiste. Dann kann ich jede Blumen nochmal extra setzen. Kannst du, oder? Du verbindest die alle. Dacht gerade, warum kommt da kein Ding rein, weißt? So. Und dann sind meine rosa Blumen verschwunden alle. Und dann sind meine rosa Blumen verschwunden alle. Also momentan. Alle acht Stück sind weg. Wie die sind verschwunden? Ja, aus und momentan raus, du zeigst es nicht mehr an. Ach so. Dieser ist dieser Fehler. Ja. Furchtbar. Ja, das ist ein Anzeigefehler. Die nerven sowieso bei meinem Kopf, finde ich. Gerade bei den Mod-Packs. Ich habe mir schon gewundert, warum die keine Mana mehr, äh, keine XP mehr mehr ausziehen, weißt? Mhm. Ja, sicher. Ja, sicher. Da haben die jetzt bestimmt der Hunger wieder. Ja, sicher. Da haben die jetzt bestimmt der Hunger wieder. Ja. 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 Wow. Cool, hab ich den noch in die Kiste vielleicht, wenn das brauche. Ich hab morgen. Dann nicht. Na gut, dann wird das eigentlich beendet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Hier schaut mir bei uns im Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Warum kriege ich nur, dass ich das Farbe aus hätte, was ich brauche. Danke euch. Tschüss. Ciao.